Moin Moin, hier ist Thomas Helmer. Ihr Männer wisst ja, was ist das Zweitwichtigste für uns? Das ist die Kleidung, das sind die Klamotten. Also, die müssen natürlich in erster Linie bequem sein und man muss sich wohlfühlen. Ich brauche sie für meine Sendung, ich brauche sie aber auch zu Hause. Und deswegen bin ich wieder bei Engbers. Wir haben vor Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. Ich habe einen alten, neuen Kleiderschrank. Ich kann euch die alten Sachen gerne nochmal zeigen. Die halten bis heute. Dazu haben sie ganz viele Shops, da könnt ihr jederzeit einkaufen. Und wenn ihr sonst was braucht, die sind immer für euch da und helfen euch weiter. Dazu haben sie Nachhaltigkeit und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Klimaschutz pro Mensch und pro Natur. Schaut euch erstmal bitte an auf www.engbers.com. Wir sehen uns im Shop oder online. Euer Thomas.